Wir haben einen neuen Schüler in der Klasse. Er sitzt seit Tagen allein und ganz hinten. Benni fragt ihn nach seinen Hobbys. Uli mag Monster-Trakt und Skateboard fahren. Benni auch. Sie verabreden sich zu einer Show und dort haben sie viel Spaß. Anschließend fahren sie nach Skateboard. Sie sind jetzt Freunde. Am nächsten Morgen gehen sie gemeinsam zur Schule. Und im Unterricht sitzen sie zusammen und lernen gemeinsam. Untertitelung. BR 2018